um hallo willkommen zu Google Kreditsie Rieh Google ist zerstört Regulier zerstört uns immer haben wir sind das im Spaß mit Google und ich denke er könnte müssen sie in der Unterricht ich werde Musik im Hintergrund und ja Was kann man jetzt hier in Google Gravity machen? Man kann hier, glaube ich, alles noch normal bedienen. Wie normal. Und ich würde vorschlagen, wie das passiert ist Google. Das hat's gebracht. Ich würde mal sagen, die Anzeige ist die Baufläche, die wir nutzen werden. So, perfekt. Halbwegs perfekt. YouTube muss weg. So. Wir bauen uns ein kleines Haus. Oh, scheiße. Das wollte ich gar nicht. Wir müssen Google resetten. Tut mir leid. Wollt nicht. Boah. So. Wir haben jetzt hier so ein schwarzes Teil. Mit dem können wir nicht viel machen, aber wir können mit Google viel mehr machen. Genieß die Show. Es macht sogar irgendwie unerwartet sehr viel Spaß. Ganz ehrlich. Gib bei Google einfach mal Google Gravity ein. Sonst ist das sogar besser, als gibt manche Spiel da draußen. Vielleicht nicht besser als Tetris. Obwohl Tetris eigentlich ganz cool ist. Das ist das Google. Images. Der schwarze Balken kann auch was antrichten. Wer prügelt nicht Google. Das ist einfach so extrem lustig, wenn man einfach hier alles prügeln kann. Ich fühl's gut, dass ich jetzt sechs Konkurrenten habe. Also, danke. Jemand hat mir auch Glückwunsch gewünscht. Das ist auch cool. Sehr nett von euch da draußen. Warum mach ich das hier? Ich mein, das wird ein Let's Play, Leute. Das wird ein Let's Play. Google. Stell dir mal vor, Let's Play Google. Okay, jetzt schlepp mir die Buchanzeige. Hier hin. Google kommt drauf. Jetzt muss ich die Buchanzeige gerade irgendwie hochbekommen. Oh nein! Wir müssen ein Haus bauen. Okay, das ist scheiße. Wichtig. Ähm. Machen wir mal Google... Space. Es gibt ja auch Google Gravity. Google Space gibt's auch noch. Ich las Play einfach beides. Hier ist einfach alles... Komplett im Arsch. Hier in Google. Ich komm mal bei Google auf Dudehaarland Shake... Shake... Eingibt, dann... Aber bei YouTube, glaube ich. Entweder Google oder YouTube. Probiert mal aus. Dann könnte es, glaube ich, passieren, dass... Irgendwie alles da abgeht und... Alles irgendwie... Kleines Google versuchen, der Galaxie zu überleben. Komm, versuch mal, als diese Schwarzwald nicht zu berühren. Na, ich sehe so ganz kleine Linien, die sind auch... Naja. Oh scheiße, ich hab was vor. Ich will nicht sterben. Oh scheiße, ich hab bösenes verrührt. Okay, ich geh mal hier hoch. Fuck. Ich hab verrührt. Nochmal von vorn, wir gehen mal hier nach. Da fliegt Google. Oh scheiße, ich nehme mal den kleineren. Mit dem müsste es leichter sein. Oh. Der geht extrem ab. Wuuu, wuuu, wuuu. Alter. Hier ist wieder Moor. Das ist unerwartet lustig. Das könnt ihr mal ausprobieren. Also wenn ihr... Würde ich wirklich ein Netplay dazu machen? Schreibt, sagt's mal. Also... Ich fänd's lustig. Also... Ich fänd's sehr lustig, wenn wir... Let's Play darauf machen würden. Wuh! Ja, kann hier Google. Oh Google. Alter, das ist einfach... Oh mein Gott, Masseabschlachtung. Oh mein Gott! Oh! 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 Google sagt es aus! Altenstede. Wer ist loslassen? Nicht so krass, aber hier ist schon dabei. Drive! Play More And sign in Ich hab schon anmelden Ja Oh my god So ich könnte Challenges So Google Space Oder Google Google Gravity Unten reinschreiben Aber schreibt dazu für welche Also Google Gravity Z.B. Versuch bei Google Space Mit einem bestimmten Mit dem Mording Punkt Nichts zu berühren Wenn du was berührst Musst du ein neues nehmen So, das Bild kann ich auch mal so ausprobieren Wir nehmen jetzt erstmal so ein ganz Okay, ich nehme mal ein bisschen länger Und jetzt gehe ich hier lang Das hat auch... Ja, ich habe mich immer mehr an Weil das zu länger es wird Das zu schlimmer wird Scheiße Du hast mich noch länger Es gibt kein längeres Google Google Wuranzeige Ab jetzt wird es unnötig Es geht nicht, ich bin raus So, das können wir machen Es kann so das Spiel werden Es kann so das Spiel werden Aber es kann alles zu stürmen Google Oh my god Google ist Meintrag Google stirbt Google stirbt nicht, aber die anderen Sterne alle Google Space Du könntest aber aus Google 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 Ah ja Dann Dann Du Du Halt 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 Doch Das 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 Und warum ist mein Haus? Ich bin jetzt einfach der Flakiegel, wir machen was auf Google. Perfekt! Jetzt kommen wir den Steinchen. Ich hab schon nicht verholt, sonst hab ich was. Leute wisst ihr was? In genau 29 Tagen ist Weihnacht. Oh scheiße! Habt ihr jetzt nicht vor? Also ich würde auch mal sagen, das war's das Video. Und jetzt beim nächsten Mal, wenn euch Google Gravity bzw. Google Space gefallen hat, dann bis später.